Wo hast du denn das gefunden? Am Feld daheim. Ich versuche schon seit Wochen, dass ich herauszufinden, was das ist. Na da schon her. Ich schaue schon die ganze Zeit im Internet. Aber ich finde nichts. Ich kann dir nicht helfen, aber ein guter Freund von mir ist Archäologe. Danke, Herr Hintersteiner. Da hat's schon über Augenblick, ich kann mich gar nicht drüber reden. Hey, was ist das? Ihr könnt ja auch ein außerirdischer sein, oder? Schau mal da, doch, dass mich der Scheiß nicht interessiert. Schauen Sie doch ab! Ossis! Ihr kennt euch offenbar überhaupt nicht aus, oder? Da ist alle super. Es ist keine Ahnung, also nicht so. Bis zum nächsten Mal.